Hallihallo, hallöle liebe YouTube-Gemeinde, hier ist die Saar aus Dessau mal wieder für euch. Vorab eine kleine Ankündigung und zwar, nächste Woche ist ja schon Weihnachten und am 25. Dezember wäre eigentlich ein Unterwegs-Intersau dran. Aber da Weihnachten ist und man ja die Woche davor ganz schön viel um die Ohren hat, werde ich nächste Woche kein Unterwegs-Intersau für euch auf meinem Kanal zur Verfügung stellen. Ich bin gleich beim Thema, nämlich Weihnachten. Und zwar habe ich für euch fünf Weihnachtstypen, die wirklich jeder kennt. Viel Spaß! Typ Nummer 1, der Ich-bin-noch-nicht-in-Weihnachtsstu. Also für mich ist noch kein Weihnachten. Typ 2, der Hektische. Typ 3, der für den das ganze Jahr Weihnachten ist. Typ 4, der Grinch. Und Typ 5, der, der immer trinkt. An jedem Glühweinstand, an jedem Wochenende und an jedem Feiertag. Typ 5, der Grinch. schreiben. Das sind jetzt so die gängigen, die mir geläufig sind. Ihr könnt auch mal raten, welcher Typ ich bin. Natürlich gibt es auch von den Weihnachtstypen jeweils auch ein gemischtes Exemplar, aber ich wollte dir jetzt die wirklich ausgeprägten Weihnachtstypen hier vorstellen. Es gibt noch ganz viele andere. Ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wunderschöne Feiertage mit der Familie. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich doch ganz schnell. Tschüssi!